Hallo Videofreunde, hier gibt es wieder einen Film durch unsere schöne Wetterau. Ich fahre wie immer von meinem Heimatort in Richtung Friedberg und weiter auf meiner Tour durch unsere Wetterau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Wir kommen jetzt nach Schöffengrund. Untertitelung. BR 2018 Hier fahren wir links ab in Richtung Wetzlar. Untertitelung. BR 2018 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 Hier fahren wir rechts ab in Richtung Nauborgen. Untertitelung. BR 2018 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 Hier fahren wir schon in die Vorstadt von Wetzlar. Untertitelung. BR 2018 Ich erspare uns allen die wenig anzähmlige Durchfahrt durch Wetzlar. Hier biegen wir rechts ab in Richtung Putzbach. Hier biegen wir rechts ab in Richtung Putzbach. Untertitelung. BR 2018 Musik Ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude daran gehabt, mich zumindest optisch durch die Wetterau zu begleiten. Musik Zur Orientierung, wir befinden uns hier auf der Frankfurter Straße in Richtung Rechtenbach. Musik 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 Wir kommen nach Rechtenbach. Musik 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 Auch hier habe ich den Videofronten den langen Weg durch Rechtenbach erspart. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Die SA350i ist schon ein fantastischer Roller. Man fährt relativ bequem durch die großen Räder und er ist außer seiner Anzauglautstärke ein wirklich schöner und gefälliger Roller. Bis zum nächsten Mal. Was da vor mir herumfährt, ist ein aufgeblasener 125er, der wohl den Auspuff leergeräumt hat. Das Ding macht einen Lärm, das ist einfach unglaublich. Naja, wer es mag. Der Roller vor mir ist wohl ein zweitakter vom Geräusch her und fährt im Moment so 100 km schnell. Ich weiß auch nicht genau, ob es ein 125er ist, aber das Ding geht wie der Teufel. Hier fahren wir jetzt rechts ab in Richtung Butzbach und ich muss mal etwas Gas geben, um an dem Lärmmacher da vorbeizukommen. Das wird aber nicht lange dauern, schätze ich, denn die SA350 geht wirklich gut. Man merkt schon, dass hier auf der B3 die Straße, die zwischen Butzbach und Gießen geht, ganz schön der Verkehr zunimmt. Und das in beiden Richtungen. Und das in beiden Richtungen. Musik Wir fahren jetzt in Rutzbach ein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier in Obershofen biegen wir gleich links ab in Richtung Wölfersheim. Untertitelung. BR 2018 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 Hier beende ich meine Tour durch die schöne Wetterau und hoffe, es hat euch Freude gemacht. Wenn dem so ist, es gibt sicher wieder bald etwas Neues. Tschüss.